Hallo Leute, ich werde euch heute zeigen wie ihr auf eurem iPod Touch oder iPhone das Root Passwort ändert dazu müsst ihr euch erstmal aus Hydea ein Terminal runterladen am besten via Mobile Terminal das gibt ihr einfach bei der Suche ein dort von Excelize, da müsst ihr die Quelle hier angeben sydia.excelize.com klickt drauf und ladet euch Mobile Terminal runter so dann habt ihr es hier auf dem Springboard klickt wieder auf so dann seht ihr jetzt hier oben einen kleinen Text ähm und dort gebt ihr ein so root so da gibt jetzt folgendes Passwort ein a l p i n e alpine von apple standardmäßig ähm es gelegt klickt enter und seid als Root angemeldet dort gebt jetzt ein PassWD hier PassWD klickt wieder enter dort steht dann ähm new password da gebt jetzt euer neues Passwort ein und ähm ähm dann gibt es noch ein zweites Mal ein und ähm ihr habt euer Passwort geändert ähm jetzt kann auch keiner mehr ungefragt ähm oder oder nicht ohne weiteres ähm per SSH auf einen iPod zugreifen weil er ja jetzt nicht mehr das standardmäßige Passwort hat ähm das geht auch mit anderen Benutzernamen zum Beispiel wenn ihr jetzt gleich als mobile angemeldet seid könnt ihr es auch ändern da Change your password for mobile weil dort gibt es alte Passwort ein und dann das neue ja ich hoffe ich habe euch geholfen bis zum nächsten Mal die und die 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 die